Man sieht Flugzeug im Meer vor Schottland. Bei Google Earth und Google Maps gibt es immer wieder merkwürdige Dinge zu sehen. Jüngster Fall ein Brite entdeckte vor Schottlands Küste die Silhouette eines Flugzeugs im Meer. Auf dem Screenshot sieht es so aus, als sei die Maschine komplett im Wasser versunken. Kann das wirklich sein? Robert Moten55 war völlig baff, als er am Montag bei Google Earth das Bild sah. Es sieht so aus, als liege das Flugzeug im Meer, direkt vor der Küste Etienburgs, sagte er dem britischen Mirror. Rund einen Kilometer vom Flughafen der Hauptstadt entfernt. Moten, das ist sehr, sehr merkwürdig. Das ist unglaublich. Schließlich gab es in der Gegend weder ein Flugzeugunglück, noch wird eine Maschine vermisst. Er vermutete eine Google Anomalie. Tatsächlich ist kein Flugzeug vor Schottlands Küste im Meer versunken. Es handelt sich nur um eine Satellitenaufnahme, das Flugzeug wurde zufällig aus dem All fotografiert. Ein Google-Sprecher erklärte gegenüber dem Mirror. Es sieht so aus, als sei das Flugzeug unter Wasser, weil jedes Satellitenbild, das man auf der Karte sieht, tatsächlich eine Zusammenstellung vieler Bilder ist. Der Sprecher weiter Objekte, die sich schnell bewegen, wie Flugzeuge, sind häufig nur in einem der vielen Bilder sichtbar, die wir aus der jeweiligen Gegend verwenden. Ist dies der Fall, sind manchmal undeutliche Überreste der sich schnell bewegenden Objekte zu sehen.